Moin moin Leute und herzlich willkommen zur wöchentlichen Schatzkammeröffnung am Mittwoch. Heute labern wir auch wirklich nicht groß rum, sondern ihr kennt es. Ich brauche nach wie vor gute Schmuckstücke, eine gute Waffe und dann ist gut. Und ich hoffe einfach, dass was Gutes drin ist, denn ich brauche Biss-Items. Komm, gönn! Tja, man kennt es wie immer, sieht es nicht nach Biss-Items aus, sondern der übliche Schmutz, den man nicht mehr braucht oder schon hat. Wir haben hier Handschuhe des abtrünnigen Chronomanten. Brauche ich nicht, habe ich schon. Schrott, dann Trixas faszinierendes Glockenspiel. Tempomeisterschaft Schildhand. Brauche ich eigentlich auch nicht. Schmutz, Naimus, entwirrende Spindel. Auch dieses Schmuckstück ist Schrott. Der hätte auch das Tintral-Trinket aus Mythos drin sein können. Hätte ich wirklich sehr, sehr dringend benötigt, weil ich laufe noch mit dem Tintral-Trinket aus Normal rum. Und Belor, Relors zieht man halt an im Raid. In M plus eher nicht so, aber im Raid halt Biss. Und ja, dementsprechend schade. Wieder nichts dabei gewesen. Dann hier Schultern. Brauche ich nicht. Habe ich schon. Die T-Set-Schultern auf 4,89. Dann natürlich nochmal Schultern. 4,89 Schultern. Wie gesagt, habe ich schon. Auch keine Vermeidung oder so drauf. Lebensraub. Also wirklich hier eine Schatzkammer der Enttäuschung. Auch die Handgelenke kann ich nicht wirklich gebrauchen. Das ist sehr, sehr schade an der Stelle. Also wirklich krasse Schmutzkammer wieder mal am Start. Ich hätte noch so viele Upgrades eigentlich benötigt, aber einfach kein Glück. Die Frage ist jetzt hier, gehe ich für den Sockel oder gehe ich für das Schildhand? Aber ich denke, ich gehe hier für den Sockel. Und dann ist gut. Ja, also wirklich sehr, sehr bitter an der Stelle wieder mal. Man kennt es. Diese Season läuft nicht gut bei den Magos hier. Sehr, sehr viel unglückliche Schatzkammern schon gehabt. Nie mal ein schönes Schmuckstück oder eine schöne Waffe. Und dementsprechend. Aber trotzdem, das andere Gear sieht mittlerweile akzeptabel aus. Auf den anderen Slots habe ich größtenteils 4,89 an. Aber die wichtigen Slots, Schmuckstücke und Waffe ist halt immer noch 4,83. Und das ist so spät in der Season mittlerweile. Und das ist schon ziemlich schlecht. Und tut auch auf jeden Fall der DPS nicht gut. Aber so ist es. Muss man mit zurechtkommen. Ich habe es trotzdem geschafft mit einigermaßen, ja, schon eigentlich Schmutzgier. Wenn man mal überlegt so. Mittlerweile timen die Leute teilweise 32, 31er-Keys locker flockig. Aber die haben halt auch alle dann 4,88 teilweise angelegt. Und 31er-Keys sind schon noch machbar mit diesem Item-Level. Aber ich würde fast behaupten, wenn ich in 32er reingehen würde, wo ich eh nicht reingehe. Weil ich einfach keine Gruppe habe, sondern immer Random spiele. Aber ich glaube, ich würde 32er auch gar nicht mehr schaffen vom Item-Level her. Weil man da schon so 4,87, 4,88 haben sollte. Angelegt. Und das habe ich nicht. Also da fehlt mir auf jeden Fall ordentlich Damage. Weil ich einfach die Schmuckstücke noch nicht auf 4,89 oder Waffe 4,89 habe. Und das ist bitter. Egal. Wir gehen hier shoppen. Wir gönnen uns einen Sockel. Und ich habe halt noch Armscheen rumliegen. 4,89. Das Ding ist halt, die haben nicht so geile Stats. Tempo-Meisterschaft ist nicht so geil. Also vor allem halt so viel Meisterschaft würde ich eigentlich nicht haben. Aber vielleicht kann ich es ja trotzdem so machen, dass ich einfach die anziehe mit Sockel. Dann würde ich quasi so rumlaufen. Dann bin ich schon fast auf 4,87. Aber das würde ein bisschen auch das Ganze verfälschen, weil diese Handgelenke sind jetzt auch nicht gerade der Burner. Auch wenn ich die socken würde. Aber vielleicht mache ich das. Aber eigentlich eher ungerne, weil die nicht wirklich Biss sind. Und das ist halt so ein bisschen schwierig. Egal. Also wieder mal eine Schmutzkammer, Schatzkammer der Enttäuschung. Nur Müll, Schrott und Schmutz drinnen gewesen. Man kennt es. Egal. Ich hoffe, ihr hattet mehr Glück als ich. Und habt eure Biss-Items rausgezogen. Übrigens, diese Woche haben wir einen mythischen Schlüsselstein. Immer grüne Floor, 27. Okay. Verstärkt, befallen, wütend. Ihr seht es schon, ich pushe jetzt schon seit 4 Wochen gefühlt nicht mehr wirklich ein Plus. Weil, ähm, ja, ich habe einfach keine Leute mehr wirklich. Und das Gear ist nicht das Beste. Und einfach auch nicht mehr so viel Lust, muss ich gestehen. Und diese Woche haben wir verstärkt befallen, wütend aktiv. Würde sagen, das ist keine Push-Woche. Kann man sicherlich auch hier und da 29, 30, interm spielen. Aber ist halt schwerer als in leichteren Wochen. Und, äh, so ein Stück weit wütend, da ist man auch wieder, glaube ich, teilweise darauf angewiesen, dass man immer einen Evoker, einen Rufer mitnimmt. Und, ja, befallen ist natürlich auch immer nervig. Muss man immer entfluchen und helfen. Aber ich würde sagen, nicht wirklich eine Push-Woche. Aber dafür, ähm, ja, die Woche darauf mit vulkanisch, blutig, tyrannisch, auch nicht wirklich eine Push-Woche. Aber da kann man sicherlich auch in ein oder anderen 30er-Ki-Timern. Es kommt halt letztendlich darauf an, dass man sehr, sehr krass spielt, sauber spielt. Und der Mechanikenspiel nicht stirbt und dann ist gut. Ansonsten, so eine wirkliche Push-Woche kommt wieder auf uns zu in Woche 9, würde ich sagen. Wird stürmisch platzend verstärkt. Aber bis dahin ist es erstmal so ein Stück weit chillen. Und hoffen, dass man mal schöne Biss-Items in der Schatzkammer bekommt. Aber ich krieg einfach nix und, ja, ka, da machst du nix. Wie dem auch sei, das soll es auch schon gewesen sein von diesem Video. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wenn ihr mehr Glück hattet und eure Biss-Items in der Schatzkammer wieder drin hattet. Ich persönlich nicht. Schade, aber vielleicht ja nächste Woche die Season geht auch noch ein bisschen. Also so schnell ist die nicht over. Manche denken schon, ja, Season 3 endet bald, Season 4 startet bald. Aber ich würde sagen, es geht noch so circa 1 bis 2 Monate. Wahrscheinlich ein bisschen weniger als 2 Monate ab sofort. Aber es geht auf jeden Fall noch über einen Monat locker. Und von daher lohnt es sich schon noch, jetzt anzufangen oder auch immer noch die Schatzkammer aufzufüllen. Weil man kann immer noch Biss-Items looten. Und wie schon gesagt, ich denke, dass wir Woche 9, also Woche 9 bekommen wir auf jeden Fall noch in Season 3. Ich denke aber auch, dass wir Woche 2 und Woche 3 nochmal in Season 3 bekommen. Und das sind auf jeden Fall Push-Wochen. Und bis dahin kann man sich noch so ein bisschen equipen, gieren, wenn man einfach mythisch raidet. Oder heroisch raidet. Oder halt einfach die Schatzkammer immer füllt. Mit 8 Dungeons, was ich ja immer jetzt immer noch jede Woche mache. Ich bin sehr, sehr fleißig, aber ich habe einfach kein Glück. Wenn es euch gefallen hat, gerne noch ein Like da lassen. Wenn ich dann nicht. Viel Spaß beim Pushen. Viel Spaß in M+. Viel Spaß beim Gamen. Bedankt fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.